Hallo da draußen im World Wide Web. Hier mein erstes Mal. Pfifferlinge mit Spätzle in Rahmsozeln. Meine Küchenhilfe liegt schon parat. Über eine Stunde hat es gedauert, dass ich mit Pinsel und Messer diese Pfifferlinge gereinigt hatte. Egal. Hauptsache schmeckt. Hoffentlich. So. Fertig geputzt. Hier das Resultat. Alles sauber. Spätzleteig ist schon im Gange. Wie er gemacht wird. Mehl, Eier, ein bisschen Gewürze. Kurkuma macht die Spätzle supergelb. Dann ab in die Presse, ins heiße Wasser. Und fertig sind die Spätzle. Die Pfifferlinge in Butter goldbrauen anbraten. Man sieht es dann auch gleich schön. Anschließend zwei Esslöffel Mehl drüber streuen. Verrühren. Sahne dazu. Salz und Pfeffer. Und fertig. So. Fertig. Jetzt nur noch portionieren. Das Ganze war für vier Personen ausgelegt. Viermal Spätzle. Und dann kommt auch schon die Soße mit den Pfifferlingen. Jeder Teller individuell dekoriert. Man beachte die Kleckse. Sehr schön. Ein Designerstück nach dem anderen. Ich denke es hat einen Preis verdient. Was denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommentare. Erzählt mir von euren Rezepten. Oder kocht nach. Würde mich freuen. Dazu gab es einen Grünsalat. Mit einer Soße von mir. Mit Radieschen, Zwiebeln, Tomaten, Paprika, Essigöl. Und diverse Gewürze. Lecker war es. Ich wünsche euch einen guten Appetit.